Paddy Kelly von der Kelly Family oder besser bekannt als die zottlichste Musikfamilie der Welt. Der, jedenfalls der Paddy Kelly, der soll angeblich, wenn man der Bild-Zeitung glauben kann, bei Sing Mein Song 2017 mitmachen, dem Tauschkonzert. Und da muss ich sagen, bitte nicht. Reicht es nicht, dass wir erst zuletzt seinen Bruder in sozusagen in Kelly Family 2.0 gesehen haben, wo er mit Straßenmusik und Kindern mit Weihnachtsmusik oder mit seinen eigenen Kindern da, dass wir das schon bei Vox letztens zu sehen gekriegt haben. Ich glaube, es war ein Goodbye Deutschland Special oder sowas als Zweiteiler. Das war schon schrecklich genug. Das hat mich geschauert ohne Ende. Da habe ich so gedacht, Alter, fällt denen nichts ein, als immer diesen Reloaded-Kram über den alten Mist aufwärmen. Und jetzt von der Kelly Family? Naja, so ganz so schlimm wäre es wahrscheinlich nicht. Ich meine, die haben ja eine breite Palette von Hits. Also es gäbe tatsächlich was zu covern und umzusetzen. Und, ähm, aber ich meine, inhaltlich, textlich, was man so von der Kelly Family kennt, das ist auch alles so Dorfschul-Englisch-Niveau, obwohl es, glaube ich, gar kein Dorfschul-Englisch-Niveau gibt. Äh, aber, äh, nee, bitte nicht, bitte nicht.